Frag den Tag im Schrank, kann du nicht verarbeiten, kann du nicht verarbeiten. Dann haben sie mir vom Kopf gehauen und haben mich jedenfalls völlig ausgezogen. Also die haben mich bis auf den Schlöper ausgezogen und haben mich dann so wieder unten vor dem Polizeirevier eingestellt. Und dann haben sie mir irgendwie einen Scheuerlappen in die Ecke geschmissen und haben mich da irgendwie auf so ein Klo geschickt und haben gesagt, wenn ich in 10 Minuten nicht abgeschminkt bin, dann kriege ich ein Ding in die Fresse. Das Ministerium für Staatssicherheit gewährleistet die Unantastbarkeit der staatlichen Situation. Die Sicherheit der Deutschen Demokratischen Republik unter allen Lagebedingungen. Aus meinem Tagebuch. Heute hat mich König beiseite genommen und gefragt, ob Mäcki bei der Stasi ist. Irgendeine Frau sollen ein paar Liebtexte ausgeplaudert haben. Ich habe gesagt, du bist wohl bescheuert. Sehen Verdacht auszusprechen, ist doch totale Scheiße. Und so machen wir uns richtig fertig. Dabei handelt es sich besonders um solche nach westlichen Verhaltensmustern auftretende Kräfte wie Pumps, Shields, Heavy Mittels und deren Sympathisanten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017